Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute die Kata. Hallo! Und heute können wir ein bisschen Holz farben. Ich glaube, das wäre richtig, richtig gut. Guck mal hier. Zack, 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 zack. So, zack, holen wir einfach ein bisschen Holz mit. Und Moment mal, Kata. Siehst du das da hinten? Warte, ich will das Holz hier noch abgauen. Oh, okay. Guck mal da hinten, Kata. Was ist das denn? Moment mal. Was ist das? Das ist einfach ein Diamantsee. Denkst du, wir können da reinspringen? Platsch! Oh, oh, Gott, oh, Gott. Der ganze See besteht einfach aus Diamanten. Kann man da einfach so rein, Kata? Oh, oh. Oh, pass bloß auf. Mann, Silvan! Nein, Hilfe! Oh Gott, oh Gott, Kata, ich habe ein bisschen Angst. Oh, oh. Ich habe eine Idee. Vielleicht können wir ein paar Diamanten wegleiten. Guck mal, wir bauen hier so eine Art Kanal. Guck mal, zack, zack, zack. Oh, die ganzen Diamanten fließen hier lang. Das ist ja richtig, richtig cool. Oh, guck dir das mal an. Aber Moment mal, ich kann mich hier aber keine Diamanten rausholen. Guck mal. Oh, oh. Ich auch nicht. Aber das ist richtig komisch. Warum ist der denn genau hier? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie einen Diamantsee gesehen. Das ist ja richtig, richtig cool. Denkst du, darin befindet sich irgendwas? Warte mal, sollen wir mal runtertauchen? Oh mein Gott. Oh, oh. Wo bist du? Irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier. Siehst du das auch? Das ist so eine Art Diamanthöhle, glaube ich. Oh, oh. Das sind kleine Männchen. Warte mal. Oh mein Gott, ich bin... ...warte gefallen. Oh nein, ich sehe dich da unten. Soll ich zu dir kommen? Komm, ich bin runter. Ich komme zu dir, Kata. Und... Oh Gott, Hilfe! Und... Wo sind wir denn hier gelandet? Ich weiß es nicht. Das sieht ja richtig nice aus. Und guck mal, das sind so kleine Diamantmännchen. Hallo. Und die tragen sogar einen Diamant in der Hand. Das ist ja richtig cool. Und guck mal, Kata. Die ganze Höhle besteht einfach aus Diamanten. Kata, ich will die abbauen. Aber wir haben leider keine Eisenspitzhacke. Oh, oh. Ich habe auch nur ein Holz dabei. Oh, oh nein. Oh, guck mal hier. Die ganzen kleinen Männchen mit den Diamanten. Die sind ja richtig, richtig süß. Und die stehen hier wirklich überall rum. Denkst du, die sind lieb? Ich glaube schon. Guck mal, die tun uns nichts. Die stehen hier einfach nur und schauen ein bisschen in die Gegend. Ach, oh mein. Ah, so süß. Die sind richtig, richtig süß. Und Kata, schau dir mal das Dorf hier an. Das besteht ja komplett aus Diamanten. Das ist ja richtig, richtig cool. Oh, guck mal. Hier wohnen sogar welche drin. Hallo, ihr beiden. Oh, so süß. Ich gehe mal nach oben, Kata. Da können wir uns eine kleine Übersicht verschaffen. Schau dir das hier mal an. So viele Diamanten. Das ist richtig, richtig cool. Guck mal, Kata. Die haben da hinten sogar Felder. Warte mal. Da gehe ich mal hin, Kata. Ich glaube, die bauen da Diamanten an. Kann das sein? Oh, das kann echt sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Guck mal. Hier stehen auch wieder welche mit Diamanten. Hallo, ihr. Das sieht hier so aus, als ob Diamanten hier rauswachsen würden. Siehst du das? Warte mal. Hast du ein bisschen Bauenmeel dabei? Vielleicht können wir uns ein paar Diamanten hier rausholen. Ich habe genug. Warte, warte. Ich mache sie zu Bauenmeel. Ja. Okay, warte mal. Soll ich dir ein bisschen was geben? Ja, das wäre nett. Ich probiere das hier mal. Warte mal. Zack. Wie cool sieht das denn aus? Das sind so Diamantpflanzen, glaube ich. Schau mal. Warte mal. Und zack. Oh, wie cool ist das denn? Und jetzt können wir die, glaube ich, ernten, oder? Und zack. Oh, zack. Moment mal. Sind doch gerade Diamanten rausgekommen. Ja, sind sie wirklich. Oh, richtig cool. Oh, nice. Richtig, richtig cool. Kata, hast du noch ein bisschen Bauenmeel? Da können wir hier die ganzen Diamantpflanzen ernten. Das wäre richtig, richtig cool. Warte mal. Ich habe hier noch ein bisschen. Oh, nice. Oh, danke schön. Guck mal. Zack, 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 zack. Das sind so viele Diamantpflanzen. Oh, guck mal, Kata. Jetzt ernte ich. Pass mal auf. Und ernten. Oh, so viele Diamanten. Wow. Das ist richtig, richtig nice. Ich habe 30 Diamanten, Kata. Das ist richtig, richtig cool. Und nochmal ernten. Zack, 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 zack. What? Nice. Und ich habe gleich einen Stack Diamanten, Kata. Oha, wie krass ist das denn? Das ist so richtig, richtig cool. Die pflanzen hier einfach Diamanten an, glaube ich. Oh, guck mal, Kata, da hinten. Da ist noch eine Pflanze gewachsen. Meine Diamanten. Zack. Und nochmal zwei. Das ist so cool. Die kleinen Männchen bauen hier einfach Diamanten an. Das ist so richtig, richtig süß. Wollen wir vielleicht nochmal in die Häuser reinschauen? Ja. Vielleicht sind da ja noch mehr kleine Diamantenmännchen oder so. Hier wohnt keiner drin. Oh, oh. Nein, Tür zu. Und ist hier jemand? Hallo? Nein, hier wohnt auch keiner drin. Ich glaube, die stehen hier alle draußen rum gerade. Hallo, ihr. Und jeder hat so einen schönen Diamant in der Hand. Das ist ja richtig, richtig cool. Ich habe auch einen schönen Diamant. Oh, hier wohnt auch jemand. Guck mal, Kata. Oh, hi. So süß. Und hier ist auch nochmal ein größeres Haus. Das ist ja richtig, richtig cool, dass wir das hier gefunden haben. Okay, wir schauen hier nochmal rein. Oh nein, hier wohnt auch keiner drin. Oh, oh. Guck mal, warte. Oh Gott, Kata. Oh, oh. Bist du da runtergetaucht? Ja. Hey, auftauchen, Kata, bitte. Oh, hallo. Richtig, richtig gut. Ich würde aber sagen, Kata, wir nehmen die ganzen Diamantpflanzen hier noch mit, dass wir die einfach oben anpflanzen können. Das wäre richtig, richtig cool. Das ist richtig gut. Ich habe jetzt einen Stack und 16. Das ist so nice. Ich habe schon erst 16. Sehr gut. Zack, 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 zack. Aber ich würde sagen, Kata, die anderen Felder lassen wir so. Nicht, dass die kleinen Diamantmännchen keine Diamanten mehr zum Anpflanzen haben. Guck mal, Kata, hier hinten. Das sieht ein bisschen seltsam aus, das Häuschen. Was ist denn da drin? Ich weiß nicht. Warte, lass mal reinschauen. Oh, ja. Zack, 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 zack. Oh, schau dir das mal an, Kata. Was ist das denn hier? Moment mal. Ich weiß es nicht. Das sind richtig viele Computer und, was ist das hier ein runder Diamant? Schau dir das mal an. Oh, what? Das sieht ja richtig, richtig cool aus. Stell dir hier runde Diamanten her. Oh, das kann sein. Guck mal, die werden so gepresst oder so. Stimmt. Das ist ja richtig cool. Die machen sich hier einfach runde Diamanten. Und was sind das denn hier für Diamanten? Ich weiß es nicht. Die habe ich ja noch nie gesehen. Die sehen richtig seltsam aus. Ja. Oh, oh. Warte mal, können wir die abbauen? Ich probiere das mal. Das dauert ja richtig lange. Und zack. Das ist kaputt gegangen, Kata. Oh nein, was hast du gemacht? Oh, oh. Das wollte ich nicht. Ich dachte, die könnte ich mitnehmen. Oh, oh. Ja. Aber das ist richtig cool hier mit diesem runden Diamant. Das sieht so nice aus. Okay, Kata. Ich gehe draußen noch ein paar Diamantpflanzen ernten, okay? Mach das. Und zack. Dann würde ich sagen, hier hole ich noch ein paar Pflänzchen mit. Zack, 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 zack. Ich habe schon gleich zwei Stacks. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was denn? Komm rein. Hier ist irgendwas durchgebrochen durch die Wand. Guck dir das mal an. Was? Warte mal. Was ist denn da durchgebrochen? Ich habe mir einfach noch hier den runden Diamant angeguckt. Oh, oh. Warte hier. Oh Gott. Hilfe. Oh Gott. Gott, der ist hier richtig stark. Oh Gott, ich renne weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was macht der denn? Oh Gott. Hilfe. Renn, Kata, renn. Aber ich glaube, der passt nicht durch die Tür, oder? Nein. Der kommt hier nicht durch. Oh Gott, Kata, ich helfe dir. Oh, ich habe ihn. Richtig, richtig nice. Was war das denn, Kata? Ich glaube, der hat hier die kleinen Diamantmännchen beschützt, oder? Das kann sein nicht, dass hier noch so welche sind. Oh nein, wir müssen hier schnell wieder weg. Aber Moment mal. Von wo sind wir denn runtergefallen? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, ich glaube hier von der Diamantflüssigkeit, oder? Stimmt, warte mal. Von da oben sind wir gekommen, oder? Ja, tatsächlich. Da oben ist der Diamantsee. Oh, ich habe ganz genau sieben Dirt nur mit dabei. Und ich habe ganz genau vier Holz. Oh nein, was sollen wir denn jetzt machen? Ich habe eine Idee. Wir könnten ganz viele Diamantpflanzen ernten und daraus einfach Diamantblöcke machen. Und mit denen können wir uns einfach hochbauen. Oh, stimmt. Warte, aber da müssen wir richtig viele noch sammeln, eigentlich, oder? Hier hinten sind auch Felder, die können wir einfach ernten. Und da können wir einfach richtig, richtig viele Diamantblöcke machen. Zack, 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 zack. Ich habe jetzt schon über einen Stackkater. Das ist richtig, richtig cool. Okay, wie viele denkst du, brauchen wir jetzt? Ich weiß es nicht, wir brauchen bestimmt richtig, richtig viele. So, zack, hier hinten hole ich mir noch ein paar mit. Zack, 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 zack. So, das fällt hier noch. Zack, zack, zack. Wie viel hast du schon, Kater? Ähm, ich habe jetzt eineinhalb Stacks. Oh, sehr nice. Also nicht gar nicht so viel, aber immerhin. Hier sind noch zwei Felder, Kater. Schau mal, die können wir noch komplett ernten. Und ich hoffe, das reicht dann. Guck mal, Kater, ich habe jetzt drei Stacks und 21. Und wie viel hast du? Ähm, ich habe zwei Stacks und drei. Willst du mir vielleicht die Diamanten geben? Dann kann ich da Diamantblöcke draus machen. Ja, guck mal hier. Bitteschön. Dankeschön. Okay, warte mal. Okay, ich habe jetzt alles verbraucht. Und wir haben insgesamt fast zwei Stacks. Aber wir müssen halt irgendwie rauskommen noch natürlich. Warte, willst du mir die zwei Stacks geben? Ja, guck mal hier, bitteschön. Oh, dankeschön. Und dankeschön. Nice. Guck mal, zack, hier mit der Erde noch hoch. Dann hier noch. Zack, bau das hier hin. Zack. Oh nein, ich bin runtergeblumst, Kater. Oh, oh. Oh, du musst wieder hoch. Ja, ich komme zu dir. Bin wieder da. Hallo. Hallo. Guck mal, von hier ist das, habe ich perfekt. Oh, oh ja, stimmt. Warte mal, dann mache ich es so. Und ich habe noch vier Dirt-Karte. Guck mal, dann mache ich das. Ähm, zack, zack, zack. Und ab hier geht es nach oben. Okay, okay. Ich hoffe, die Blöcke reichen tatsächlich. Oh, oh. Auf jeden Fall, glaube ich. Guck mal, ich mache hier so eine kleine Treppe. Da kannst du immer mitkommen. Und dann können wir schön nach oben. Aber das ist so cool hier unten. Das ist richtig, richtig nice mit den ganzen Diamanten. Und mit den Diamant-Männchen. Das ist so süß. Guck mal hier, Kater. Ich glaube, die wohnen hier. Oh, hey. Das ist ja richtig, richtig süß. Und da oben ist schon die Diamant-See-Karte. Das hat locker gereicht mit den zwei Stacks. Guck mal, zack. Wie viele hast du noch? Ich habe noch 63 und 23. Und jetzt können wir zack wieder in die Diamant-See springen. Und wir sind wieder draußen, Kater. Richtig, richtig gut. Und ich habe jetzt ein Stack und 22 Diamant-Blocke. Das ist so richtig, richtig nice. Das ist so cool hier mit den Diamant-See. Und wir haben jetzt so viele Diamanten. Das ist richtig, richtig cool. Ja. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei den lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns für immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020